Leute, willkommen zu diesem Video. Es ist etwas Magical passiert. Und zwar, Spike hat sich gehäutet und zwar Full Body, Leute. Wenn ich sage Full Body, meine ich Full Body. Das heißt, wir haben hier, wo ich gerade hingucke, Spike 1.0 liegen. Und er häutet sich zwar jedes Jahr mehrmals, aber das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Und jetzt ist es Zeit gekommen, euch zu zeigen. Seid ihr bereit? Let's go. Leute, hier liegt Spike. Hier liegt unser ganzer Spike. Full Body, der ganze Körper. So viel am Stück habe ich noch nie gesehen, Leute. Unglaublich. Seht ihr hier diese Fasern, wo seine Spikes rausgucken. Unglaublich. Auf jeden Fall, das werde ich nicht wegwerfen. Das bewahre ich auf. Und schaut es euch genau an. So etwas seht ihr nicht jeden Tag. Hier hängt noch ein bisschen Staub dran, wie auch immer der daherkommt. Hoffentlich ist er nicht noch vom letzten Video, wo Spike hier in der Ecke rumgerannt ist. Weg ist es. Okay. Und da das nicht alles sein kann, was ich in diesem Video mache, und damit er es auch nicht frisst, mache ich es jetzt mal hier weg. Gibt es jetzt einfach ein Fütterungsvideo, würde ich sagen, ganz normal Heuschrecken. Und da kriegt er in etwa fünf Stück. Kennt ihr euch ja schon aus. Ist auch schon neugierig. Wir lassen ihn von mir aus wieder aus dem Terrarium springen. So, jetzt geht es schon los. Ich stelle die kurz hier hin, um ihn zu locken. Auf Spike. Her damit. Kann ich das ganz drauf bekommen? So. Und drei, zwei, eins. Let's go. Los geht's. Hopp. Hopp. Schon geht's los. Mmh. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. Hopp. Einfach zu schnell. Und hier. Oh mein Gott, Leute. Hier. Seht ihr's. Da ist der ganze restliche Körper. Mit der Zeit geht es jetzt ab. Das ist wieder der restliche Teil. Es ist eher sein unterer Körperteil. Eher der Bauch. Und ja, Leute. Gestern hat sich sein Schädel gehäutet. Das klingt ein bisschen komisch. Aber hier könnt ihr sehen. Richtig, die Farben sind richtig frisch. Schön kräftig noch und hell. Und die Farben trennen sich ziemlich gut voneinander. Wie so eine Tarnfarbe beim Militär. Das ist wirklich wunderbar zu sehen. Und hier. Ups. Seine Nase. Hier. Auch. Da häutet sich's auch noch. Das sieht ein bisschen komisch aus. Hier ist er irgendwie nass. Weil er wahrscheinlich vorher ein bisschen feuchten Salat gegessen hat. Hier ist noch eine Heuschrecke. Ui. Die fliegt aber heute. Und wie viel sind hier noch drin? Wir haben hier noch drei Stück. Würde ich sagen. Ups. Unscharf. Kriegt er alle. Darf er sich rausessen. Und die restlichen muss er sich erarbeiten. Bisschen spielen. Ups. 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 Leute. Er hat mich mit der Zunge berührt. Und mir macht es richtig Spaß das Video zu produzieren für euch gerade. Keine Ahnung wieso. Es klappt perfekt. Ich hab euch was tolles gezeigt. Ich hoffe ihr empfindet es auch so. Dann macht es voll Spaß die Heuschrecken zu verfüttern. Dann sehen die auch noch so wunderbar aus. Spike sieht ganz frisch aus. Ganz neu. Ups. Ui. Haha. Leute. Das macht richtig Spaß. Ich muss halt aufpassen, dass ihr das alles schön immer sehen könnt. Nein. Nein. Okay. Aua. 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 Das tut weh. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Aua. Keine Hängebrücke hier. Piep piep. Tssst. Okay. Okay dokey. Nice. Nice. So. Leute es ist schon längst leer aber er denkt da ist noch was drin. Richtig süß. Und seine Zunge ist so süß. Aua. 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 Ich finde es immer so süß wenn noch nichts mehr drin ist. Aber er freut sich so. Aber er hat jetzt genug bekommen. Gestern hat er schon sieben Stück gehabt glaube ich. Kriegt er erst mal morgen nichts hier zu futtern. Kleiner Fiesling. Okay Leute. Das war es mit dem Video. Spike sieht wunderbar aus. Tschüss. Spaß. So. Ich brauche das Video gar nicht zu schneiden. Es freut mich irgendwie. Weil das Video ist komplett toll geworden. Ich will mich jetzt nicht selber loben aber wunderbar. Ich hoffe ihr konntet gute Einblicke hier sehen. Wie sich Reptilien häuten. Und hat so Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like und Abo da wenn es euch gefallen hat. Abo wird mich natürlich am meisten freuen. Verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und ich freue mich. Sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Willst du noch was sagen? Ne. Ich bin einfach wunderschön. Ganz scratchig. Danke. Ciao. Gut. Bridget hat es Party. Ich bin einfach. 全部. Ich bin einfach. Ja. So. Einfach.